Inzwischen muss ich sagen, das Unternehmen läuft gut. Wir verdienen gutes Geld. Also wir haben letztes Jahr, oder die 2.18er Zahlen sind noch nicht öffentlich, die 2.17er Zahlen haben wir... Da kannst du gerne mit uns teilen. Ja, kommt jetzt demnächst. Außenumsatz. Nein, also Außenumsatz. 2.18 waren über 2 Milliarden oder knapp 2 Milliarden. Und wir haben also 2.17, wie gesagt, da haben wir ja damals einen Überschuss erwirtschaftet von 2,1 Millionen, glaube ich. Also deshalb, die Zahlen sind echt gut. Wir verdienen Geld. Wir sind aber noch kein Unicorn. Aber vielleicht gar nicht mehr so weit weg. Umsatzunicorn, ja. Auf jeden Fall ein Profit-Unicorn hier. Immer ein, dann nennen wir das jetzt so. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang. Nein, es war super interessant. Das ist so ein bisschen die Geschichte, ja. Also wie gesagt, vor allem jetzt im letzten Jahr sehr stark gewachsen. Also wir sind jetzt, wie wir mal sagen, auch seit wir Private Equity drin haben, wir sind 2.17 ins neue Büro gezogen, nee, 2.17, sorry, ins neue Büro gezogen mit 100 Leuten und sind jetzt 250. Also Private Equity hat bei euch Wachstum beschleunigt? Ja. Ja. ила Miriam. Ja. Diregi. Untertitelung des ZDF, 2020